Ja, nicht vor dem Gesicht herumwerfen, weil dann machst du die Kuh immer da hin. Komm hinten, wo der Hinten ist, da ist es richtig, da kann man die Kuh am besten lenken. Da der Kuh und nicht zwischendrin laufen. Also nicht, dass wir 20 Kühe, dann sind wieder drei und dann Leute, dann wieder hinten, dass wir immer die Kühe beieinander halten. Ganz wichtig ist eben die Kälber. Dass wir die Kälber da ja nicht vor der Mama-Kuh trennen, weil sonst fühlt die verrückt. Am besten ist auch, wenn wir uns ganz hinten aufhalten und von hinten gehen wir mit dem Tempo der Kühe nach. Und nichts machen. Draußen dann, dass wir nichts machen, bis hinten laufen, ruhig sein. Ja, genau. Die Kühe machen das von alleine. Da ist auch ein anderer Bauer, der auch noch mit seinen Kühen abtreibt. Dann sind die Samen unterwegs, das sind diese Warenträger mit dem Pferde, ein Haufen alte Traktor und Musikgruppen und so weiter. Und da ist dann Museum des Pferdes. Ja. Alle, die was da anfangen. Das ist die Reiberjasen, wie ist das? Mahlzeit. Das ist auch der Auswert-Auswert-Auswert-Auswert-Auswert. Mit deinem Brot. So. Das sind die aufbuschten Kühe. Die Teile haben wir. ... und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir zwischen die Kühe haben. Wo haben wir gegessen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017